Schatz, das Vetter ist wunderschön, erleidigst dich länger zu Haus. Heute muss man ins Grüne gehen, in dem bunten Schüling hinaus. Es ist noch in nur alten Schriften, noch immer was zum Taubenverliften. Aber Taubenvergiften, das ist längst versehen, Schatz, ich hab eine Idee. Schau, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau, über Herzenvergiften nach Rom. Die Leute sind so blöd und der Papst ist so schlau, über Herzenvergiften nach Rom. Er küsst, wohin kommt das Blaster, wochen Menschen sich küssen, das heißt er. Er tut es gegen Aids und er hat die Witzkondom und über Herzenvergiften. Schatz, die Feindkonsilien schlagen sich ganz schwer auf den Magen. Sack, allen arme Familien, die schon schön ihre Armut erschlagen. Die Wechten, die muss man verschärfen und die Weiber also nerven und nerven. Die Priester sollen keuch bleiben und wer nicht variiert, wird eiserlich kommen und nix. Jetzt kommt ein Ostern, Pfingst mit Weihnachten bald, gib mal Herzenvergiften nach Rom. Mit Christlicher Liebe, Herzen und Not, mit Gewalt, gib mal Herzenvergiften nach Rom. Geld ist für uns immer kein Thema, weil die Steuern und die Fünnen, die Nehmen. Aber dann ziehen manchmal ein kleines Funk, nun zu reden, jetzt für die Opfer, ein Dom. Wir leben in Jesus, aus Gewalt und Jesus, gib mal Herzenvergiften nach Rom. Wir leben in Jesus, aus Gewalt und Jesus, gib mal Herzenvergiften nach Rom.